Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Vorken von Let's Play Minicraft Survival. Ja, heute mit dem Marshall Cyper, dem Marshall und dann irgendwann mit Jump Cake, aber der hat jetzt gerade noch wichtigere Sachen zu tun, was ich mir nicht vorstellen kann. Was habt ihr hier hingebaut, der Stein und... Das ist nur zum Schlafen für uns. Habt ihr da auch ein Bett für mich reingestellt? Ja. Welches? In der Mitte. Ja, für meine Zuschauer, kurze Infos, könnte sein, dass ihr so um die 40 Parts verpasst bei mir, da ich leider aus Versehen meine Festplatte gelöscht hab, wo meine ganzen Videos drauf waren. Es tut mir wirklich leid an dieser Stelle, aber naja, was soll man machen? Okay, sehr schön, was dich gebaut hast, Mossack, gefällt mir wirklich. Aber, ich geh jetzt zurück bei uns ins Haus. Denn ich möchte heute mit euch gemeinsam, meine sehr verehrten Zuschauer, was bauen. Oho, in Minecraft, was bauen? Wo sind denn die Kisten? Oh, Jump Cake, sag Hallo. Ich hab gesagt, sag Hallo. Ich schau dir in die Augen, Enderman. Komm ran auf den Meter, komm hier. Der Enderman kommt auf den, auf den Trichter nicht klar. Mhm. Der, ich bin jetzt umgestiegen von Zigaretten auf E-Zigarette. Ach, du rauchst E-Zigarette und? Marcel, wie ist E-Zigarette so? Ja, ich muss sagen, es ist natürlich was anderes, es ist auch definitiv schädlicher als alles andere, aber egal. Mein, E-Zigarette ist schädlicher? Ich weiß das gar nicht. Ja, weil da die ganzen chemischen... In welche Richtung müssen wir denn, um nach Hause zu kommen, Marcel? Folge mir, ich muss auch nach Hause. Wo bist du? Ach, da, ich seh dich. Ich muss auf irgendwann ein Schwert noch irgendwas zaubern, Stärke oder so. Ja, vor allen Dingen, es gibt ja... Vielleicht hört man es jetzt gerade, dass ich Rauche in der Lunge hab. Und, ähm... Es gibt ja verschiedene Geschmacksrichtungen und so weiter. Und... Genau, so kommt man nach Hause. Und... 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 Schieß mich tot. Ach so, genau, was ich sagen wollte, es gibt welche mit Nikotin, welche ohne Nikotin. Und das ist halt, äh... Der Unterschied daran, an der... Zu der normalen Zigarette, dass man halt auch ohne Nikotin rauchen kann, aber... Ganz ehrlich, ich... Würde es nicht tun, wenn ich ihr werde. Warum machst du nichts, wenn es du es bist? Weil ich von der normalen Zigarette wegkommen will und jetzt einen Ersatz brauche. So, mein Bauplan ist ausgedruckt. Ach so, das hätte ich jetzt besser in der Aufnahme nicht sagen sollen. Komm, jetzt Bauplan ist auch in der Aufnahme. Läuft an mir wahr. So, jetzt muss ich mir das noch richtig hindrehen. So, ich weiß jetzt, was ich bauen will. Ich weiß jetzt auch, wie ich es bauen will. Und ich brauche jetzt dafür... Ach so, Lukas. Wer ist denn das? Ja. Ich weiß, warum so viele Monsters worden. Weil? Bist du noch da? Ja. Auf dem ANNTS ist es gerade abgekackt, warum auch immer. Dings, ähm... Der Server steht auf Difficulty 1.03, du eh so nicht.0. Der muss auf 0.0. Der steht auf 1. Der steht einfach nur auf 1. Nein. In der Einstellung kannst du sehen 1.03. Und die 0.3 hinten ist eine Schwierigkeit. Ist mir wein. Der Server bleibt so, wie er ist. Ob es dir passt oder nicht. Vielleicht sollten wir hier mal einen Brücken hinbauen. Was hältst du davon? Warum? Wir machen hier eh einen Trichter hin. Bis hier vorbauen wir den Trichter. Bis hier hin irgendwo. Ach so. Ach so. Ja, guck mal. Wenn wir den bis zum Einstein bauen wollen. Ich ernähre mich die ganze Zeit von Zombiefleisch. Ja, ist doch normal, oder? Boom. Lukas, der Hase backt ein bisschen. Siehst du das? Wo bist denn du örtlich? Ich sammle noch ein paar Erfahrungspunkte. So, was macht der Hase falsch? Der Hase war eben im Wasser und dass er so gezappelt ist. Lass mich in Ruhe. Wir können da tieris zu gehen. Ja. Was ist denn hier passiert? Weiß ich nicht. Marcel, hast du ja schon wieder alles kaputt gemacht? Das warst du gestern, wenn ich glaube... Nein, nein, nein. Das war ich gar nicht. Das war ein Creeper gestern noch, aber egal. Nee, das warst du nicht. Das war ein Creeper, aber boah. Nein, besser sagt drei Creeper. Ihr mit euren Ausreden, das ist immer Creeper-Sinn. Mein Zuckerrohr ausgewachsen. Sein Zuckerrohr. Marcel, du hast mir was 24 Stunden lang versprochen. Mein Zuckerrohr, aber... Marcel, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, spinne! Ich komme, ich komme, ich habe kein Schwert. So, Marcel, ich brauche jetzt Bruchsteine. Na gut, das ist ein Bruchstein, kann ich noch vier Minuten motten. Ups. Ich glaube, ich bin tot. Wieso? Ich habe ein Ender-Märchen geschlagen. Du wackelst auch immer. Ich habe ihn getötet mit einem Knochen. Wieso liegt der Teppich? Ich habe gerade noch mal kurz ins Zuckerrohr reingehauen, weißt du, also ich habe direkt wieder zwei Stacks. Marcel, jetzt hör auf. Die hilft mir, die hilft mir jetzt lieber. Ich weiß nicht, ob er zu bauen wird, das hättest du mir vielleicht mal sagen sollen. Ja, das wirst du dann gleich sehen. Ich brauche jetzt, ähm, mach mir mal sechs Goldblöcke. Was für Goldblöcke? Ne, ne, drei, drei Goldblöcke, also richtige Goldblöcke. Wir haben kein Gold. Wir haben genug Gold, ich habe genug Gold geformt. Das hat sich dein Nachbar gestern zu einer Rüstung gecraftet. Wieso macht der Gold zur Rüstung, ist das dämlich? Ja, ich weiß schon, warum seine Eltern nie schlagen. Ja, das ist ein Nachbar. Und der hat Goldschwerter gemacht, das gleich Stück. Ne, die Goldschwerter waren schon da. Aber die Rüstung hat er sich gestern gemacht, das weiß ich ganz genau. Ja, Lukas. Nicht euer Ernst. Doch? Ich habe das Gold extra für das aufgehoben. Ah, hier. Ach, Marcel, erzähl ich immer so einen Scheiß. Du hast mir gerade Panik gemacht. Marcel, gib mir das Gold. Ich habe kein Gold, ich habe nur eine Rüstung. Ach, Marcel, wo muss ein Bruchstein rein? Lukas, brauchst du einen Goldhelm? Hat man nicht am Anfang mal zwei Kisten für Bruchstein gehabt? Ja, eigentlich schon. Lukas, hinten liegt es. Warte. Alter, du hast mir eine Rüstung demoliert. Aber ich such mal Eisen. Hier, Lukas. Ich kann nichts aufheben. Ich mache halt echt, ich Arschloch, ich mache halt echt einen Helm draus. Eins, zwei, drei, vier. So, jetzt fahre ich Redstone-Blöcke. Ja, hier. Warte mal, jetzt kommt das, 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 das. 45 Goldnuggets. Äh. Hast du ein Gold gecraftet? Nein, Spaß. Baust du mal von vierfältigem mal bitte die Möhre? Wir haben die Möhren schon sehr vielfältig, ich muss genau wissen, wie du willst. Wo? Ich sag mal aus. Warte mal, ich muss meine Ernährung auf Zombie-Fleisch umstellen. So, zack. Ich bin gleich hier da, weil... Ja, verpisst dich. Ich hab mich wieder da bin und Minecraft kommen. Bis dann. Der erzählt das nur, der haut jetzt ehrlich ab, einfach so. Meine Fresse ist das Bitch-Scheiß-Ausgedruckt. Marcel, wie baut man eigentlich diese klebrigen Kolben? Oder sind das richtige Kolben? Ich denke, man ist ein klebriger Kolben. Äh, wie baut man Kolben? Was du machen willst. Wie baut man Kolben? Ansonsten wird das ein Projekt von dir alleine, weil ich nicht weiß, worum es geht. Es wird ein Braustand. Also, ein vollautomatischer Braustand. Ach so. Ja. Da brauch ich da Kolben für. Wieso brauche ich da kein Kolben für? Na klar, brauche ich da Kolben für. Einen klebrigen Kolben, habe ich gesagt. Ach so, ich höre immer nicht zu. Ob klebriger Kolben oder nicht, ich hab gesagt, er wird auch so klebrigen. Ach, halt doch die Schnauze. Ich frage erstmal Eisen. Ich weiß nicht, was ihr bei meinem ganzen Eisen gemacht habt. Weißt du, ich formen und formen und formen und ihr macht immer alles weg. Das wirst du mir jetzt nicht glauben, oder das kannst du deinen Nachbarn fragen. Gestern war wieder unser bester Freund hier. Wer melomint? Ja. Ich mag den. Und der hat sich wieder alles Eisen mitgebracht. Ich frage Leo ohne Scheiß. Das ist ja spektakulär. Ich hätte extra noch so einen Chat geschrieben, ich nehme wieder euer Eisen mit, gell? Na, ich glaube, ich ban den irgendwann mal. Ohne Scheiß, der nimmt nur die EPL-Sachen mit, geht offline. Stein, Stein, Stein. Stein, Stein. Redstone und da. Ich bin froh, dass wir Slimes so viele haben. Bei uns gleich Dings, gell? Eine automatische Hühnerfarm. Nee, jetzt erstmal nicht. Viele Ressourcen haben wir nicht. Ich glaube, wir haben genug Ressourcen. Das braucht nicht viel. So, jetzt brauche ich einen Redstone-Block. Redstone haben wir hier hinten. Nahrung. Ich gucke in der Nahrungskiste nach Redstone. Oh, wir haben so viel Zombie-Fleisch. Warum isst denn das keiner? Weißt du, was wir genug haben? Was? Zuckerrohr. Nee. Irgendwann kommt ein Elo und meint, ich habe euer ganzes Zuckerrohr gestohlen. Weißt du was? Dann bringe ich ihn um. Gestein, Kies, etc. Wo lagert mir Redstone? Zuckerrohr rein, ne? Ach da. So. Und jetzt muss ich noch Werfer bauen. Warte mal. Warte mal. Jetzt habe ich mal zwei Sekunden, bitte. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich will jetzt hier nichts Falsches bauen. Ich habe gestern noch einen Bogen gebaut und ich weiß heute schon nicht mehr, wie es geht. Ich weiß nicht, wie viele Menschen sowas merken können. Aber ich habe es genau falsch rum gemacht. Das ausgedruckte Bild ist scheiße. Jetzt gehe ich ins richtige Wiki. Aber wozu brauchen wir den automatischen Brauchstand? Frage ich mich gerade so ein bisschen. Weil wir das machen. Wie hat man einen Trichter gebaut? Fragt mich nicht. Trichter baue ich nicht eigentlich. Da brauche ich viele Kisten. Oh Gott, wie viele Kisten ich dafür brauche. Ähm, darf ich denn dann später mal bei uns hier an dieser... Nein, du darfst nicht noch eine Zuckerrohrform bauen. Nein, Marcel. Am Tagebau, ja? Darf ich da später mal so eine automatische Sortiermaschine hinzaubern, dass du einfach reinschmeißen musst und es automatisch sortiert? Das wäre gut. Woran unterscheide ich auf diesem Bild, ob es ein Werfer oder ein Ding ist? Marcel, ich schicke dir mal einen Link. Schicke dir mal einen Link. Die erste Maschine will ich jetzt bauen. Geh mal ein Zuschauer, ich tappe kurz aus, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Nur, dass du gleich mal mitguckst, ob ich das alles richtig baue. Ja, ja, ich baue es und ich beobachte es, okay? Gut, wenn du siehst, ich mache was falsch, dann schrei. Okay, warte. Was wollte ich jetzt machen? Achso, Kisten. Oh, ja, Himmel, Herrgott. Browser hat sich gerade aufgehauen, lol. Läuft. Upsi. Das war der Amboss. Ich habe einen Amboss kaputt gemacht. Mache 9, boah. Dafür haben wir nicht genug Eisen. Und Melo meint, hat ja unser Eisen, da war ja was. Jetzt brauche ich noch Eisenblöcke, oh Gott. Was ist denn hier kaputt, Alter? Warte. So. Fangen wir mal an. Ich bin da und ich komme online. Nee, Jumpcake. Du weißt, was du jetzt machst, du besorgst uns Eisenerz. Okay. Ja, was sagst du? Ich soll nicht online kommen, aber ich soll Eisenerz besuchen. Variante 1 und Variante 2. Ich schau kurz die Loks durch. Nein. Jetzt auch nicht mehr. Ich muss ja nur auf zwei Namen achten. Pass auf, Mausel, wir machen jetzt folgendes. Ich baue die Maschine. Hier, guck mal, Mausel, ich baue hier einen Weg lang. Ich komme wieder online. Ich habe mir gerade Maschine zu Gemüte geführt. Wo bist du? Ja. Ja, warte, warte, warte. Okay, ich mache mich auf den Weg nach Hause. Ich bin auf dem Weg. Wo bist denn du? Bist du etwa nicht zu Hause? Nein, ich bin zurzeit nicht zu Hause. Wie konntest du nur gehen? Boah, aber ich muss sagen, der Geschmack Zitrone ist schon geil. Läuft bei dir. Okay, nichts Auffälliges. Lukas, wo willst du das jetzt hinbauen, dann dein Dings da? Da, wo ich bin gerade. Ich weiß auch noch nicht, wie das richtig funktionieren soll. Ja, ich komme zu dir. Erstens, sag dir Bescheid, wenn was falsch ist. Ich habe mir kurz aufzuknabbern. Ach so. Ja, nur aus dem Mond, weil das sind vier, fünf Schritte. Gleich. Nee. Lukas, ich würde dafür... Ja, weiß ich nicht. Na, okay, wenn du das dahin bauen willst. Darf ich kurz? Danke schön. Stopp! Was? Falsche Truhe. Wieso? Red soll Ruhe sein. Wieso? Nein, das muss keine. Nein, Marcel. Das ist eine normale Truhe. Guck mir das nochmal an, warte. Das ist eine normale Truhe. Warte, ich gucke. Oh Gott. Ach, ich habe ein falsches Bild. Ist okay. War jetzt mein Fehler ausnahmsweise. Rebs Neustart, Moment. Trichter, wir hatten sowas erfunden, der Minecraft. Ja, hallo. Das war schon wieder. Ja, wir werden jetzt gucken, wie der Lukas das hier zaubert. Und ja, ich werde das jetzt so ein bisschen beaufsichtigen. Bauaufsicht, Masse. Tötest du erstmal die Slimes? Töten dich, die bringen dir nichts. Die greifen dich nicht mehr an. Nein, warum sollten die mich nicht angreifen? Weil die kleinen sind, die machen dir keinen Schaden. Nein, bloß nicht. Ich geh auf alles. Die machen Schaden. Die ganz kleinen nicht mehr. Oh doch. Ich mache ein halbes Leben. Äh, ich glaube, das Ding in welche Richtung muss ich das zeigen? Ey, das ist auf dem Bild so unersichtlich. Der Dings muss sicherlich noch da zeigen, oder, Masse? Guck mal. Äh, warte, wo muss er hin? Ich habe gerade einen Black Screen. Wo muss er hin zeigen? Trichter, muss er in die Richtung zeigen, oder? Ja. Weil da dann eine Lohne ist. Machst du mal so eine Lohne? Guck mal hier. Warte. Aber nicht das ganze Eisen verschwenden. Das ist unser letztes. Was für eine Lohne denn? Na, Dings. So eine, so eine Wagenlohne. Lohne. Ich nenne es Lohne. Warte, ja. Äh, Minecraft. Ist eine Lohne. Aus, taben, bild, gucken. So, meine sehr verehrten Zuschauer. Leider ist diese Folge für heute schon wieder zu Ende. Ähm, ich hoffe, ihr schaut euch das nächste Video an, weil vielleicht schaffen wir es dann hier diese... Welche, die große oder die kleine Art bauen? Ver- Was willst du denn? Ich beende gerade mein Video. Sorry. Na, du kannst nicht einfach dazwischenreden, wenn ich mein Video beende. So, Alter, hatet jetzt bitte alle Junk Cake. Ja, versorgt ihr nämlich, meine ganzen Videos senden und abonniert Marcel und ja. Oh, shit, Lukas. Das war vielleicht eine gute Idee. Jetzt muss ich von... Oh, nein. Hä? Ja, ich muss jetzt von unserem Prieche wieder zurücklaufen, weil ich auch da ist vorne. Gibt es denn nicht ein Video von? Hey, Lukas, wir bauen was nach Bild. Äh, Verbindung fehlschlangen. Wir willst was nach Bild bauen und du weißt nicht, welche Richtung das Dings gehen muss. Und da dauern, please try again later, sorry. Aber weil du scheiße bist. Ich muss den Router neu starten, das hatte ich vorhin auch. Ich muss gar nichts neu starten, ich glaube. Ich muss für meine Router neu starten, hat das Problem noch nicht mehr. Ja, du. Aber weil du schlecht bist. Also, Jump Cake, du baust jetzt weiter an dem Trichter, hab ich's richtig verstanden, ja? Soll ich den Trichterwarten? Ja, mach mal. Nee, Jump Cake hilft uns jetzt erst mal hier. Na gut. Hä? Wieso geht das nicht? Ich werde die Trichter nie reinnehmen in Minecraft. Seid nie. Ach nein. Ich lauf mal zu euch. Marcel! Ich denke, du bist bei Aufsicht. Ein bisschen. Ich bin bei Aufsicht, ich bin halt gestorben, ich bin auf Weg zu dir. Warum stirbst du in der Wand? Weil ich ausgetappt bin und nach dem Bild geguckt hab. Die Maschine ist mir zu bescheuert. Ich baust die jetzt, du hast die da gekündigt, jetzt musst du's auch machen, ne? Mach mir mal nen Hebel, komm. Ja, weil. Ja, nen Hebel und die Lore. Und Redstone Repeater. Und Bilderrahmen. Ja, ich taue. Ja, ich taue. Warum ist hier unter der Erde ne Kiste? Weil wir gerade hier nen Dings bauen. Wo ist ne Kiste? Ich hab mein Messer geworfen. Hier ist ne Kiste. Weil da jemand wohnt. Oh. Ich nicht. Warte. Ja, oder so. Oh, hier Luca. Der wohnt nicht hier. Hier, Lukas. Der Dings wohnt da. Der Scherzer hier. Die Lore, die du haben wolltest. Und den Schalter? Bin ich jetzt dabei. Wieso machst du mir ne... Ach, mein Geil. Du musst da hin, die Güterlore. Nein, ich hab eigentlich was anderes gewinnt, aber... Wenn du mir nicht genauer Angaben gibst, was du haben willst, kann ich das auch nicht genau machen. Wie platziere ich denn die eigentlich da hin? Du musst ja noch ne Schiene hin. Ja. Ach Marcel, das... Das Gerät ist mir zu doof. Noch genau eine Woche, dann hab ich ne neuen PC. Das interessiert niemanden, weil du Geldscheiße hast. Okay. So, Jumpcake. Ja. Guckst du mal mit auf den Link, der hier im Channel steht? Hab ich schon. Und, was baue ich hier falsch? Moment. Hä? Ich baue mal einen Hebel. Ach, guck an's Wiki. Stick und ein Kabelstone. Übereinander. Hab's gemerkt. Ein Hebelbaut, mir sowas bauen. Ja. Hier, Lukas. Nicht da hin! War keine Absicht, der ist mir auch so sehr... Oh, der hat gelutscht. Der muss doch dahin. Wie krieg ich die Lore jetzt dahin? Hast du ne Schiene mitgebracht? Auf weg. Denkst du überhaupt an irgendwas? Fotos, die der davon gemacht hat, scheiße. Ah, naja. Ah, aber es muss gehen. Und die Redstone Repeater bringst du mir auch gleich mit. Wo ist die Lore? Wo sind eigentlich die Wehrvollen? Ah, ich hab die Wehrvoll noch gar nicht gebaut. Ich hab die ganzen Bögen gebaut. Marcel, ich hasse dich immer noch. In meinem Pferd. Das ist ein dreckiges Pferd, alter. Es hat seit der ersten Folge überlebt, okay? Seit der allerersten Folge. Wir haben es zwischendurch ausgetauscht. Das darfst du doch nicht sagen. Hast du wirklich gedacht, das ist wohl immer noch zum Anfang? Wir haben das echt ausgetauscht. Aber wer sortiert die Kisten? Lukas, komm her, ich hab nen Werfer für dich. Ich hab doch hier selber die Werfer fertig bei mir schon. Ach, was willst du noch haben? Verstärker, ja? Ne, repeat. Bau doch das, was ich dir sage. Was willst du haben? Repeat oder Verstärker? Ne, was auf dem Bild zu sehen ist. Geh, hier. Wenn man anschießt. Diesmal ganz hoch und treff mich selbst. Getroffen. Yes. Sind das Werfer oder Spender? Könnt ihr das auf dem Bild erkennen? Geh. Das sind doch eher Spender, oder? Ich hab nen Grafikpack, ich kann das nicht deuten. Ich glaub schon, dass Spender... Oder? Weiß ich nicht. Weil der zu komisch hohes Grafeter sieht man's nicht. So heißt eins der Kühe immer, Heinz und Marvin. Hallo. Weil das unsere Eltern Tiere sind, die dürfen nicht sterben. Es müssen rein theoretisch Spender sein, weil die Werfer, weil Werfer direkt einen Effekt haben. Spender nicht. Doch. Wenn du Spender ansteuerst, kommt was raus. Aber Werfer platziert. Und das fliegt dann in den Trichter rein. Ja. Und Stender... Äh... Stender... Egal. Egal. Guck, wenn du den Land steuerst, fliegt das raus, was du reinlegst. Und das fliegt dann in den Trichter rein. Da legen wir nur Verstärker. Jumpcake, hilf mir mal. Warte. Ich pack mal alles, was ich jetzt hab hier rein. Baut mal irgendwie was mit. Und versucht mal die Güterlohre da oben reinzulegen. Ja, warte, ich baue... Wo ist die Güterlohre? Wo ist die Lohre? Wir hätten die scheiß Lohre. Ey, Jami, hör doch. Die hab ich nicht. Da muss da Holz zwischen die scheiß Schienen oder das Gieß. Marcel, klar hast du die Lohre. Ich glaub ich nicht. Marcel, gib mir die Lohre. Ich schwör auf alles. Ich hab nicht. Marcel. Ach nee, Jumpcake, die haben sie dir doch gegeben, Jami. Gab's ja nicht. Ah doch, da. Ich hab nach normalen Lohre geschaut. Hä? Die sind in der Maschinen, Alter. Fick die Henne. Warte, die Lohre kannst du hin platzieren mit nem, ähm... Wie heißen die? Äh, mit nem Spender. Habt ihr jemanden Spender? Ich hab nen Werfer. Und die Spender brauch ich selber. Spender. Einen Spender, ganz kurz. Gib mir mal grad das Ding, bitte. Gib mir die mal kurz. Was? Jami, gib mir die mal kurz. Geschafft. Ja, der hat da ein Ding dazwischengestellt. Mh... Gleis. Lukas, schaust du? Hab ich geschafft. Der hat nen Gleis dazwischen. Ganz easy peasy. Easy peasy. Oh Gott, ich bin zu doof für sowas. Boah, ist das hier ausgesucht. Hä? Wieso kann man auf Spender nix draufstellen? Äh, das musst du so machen, äh... Was willst du da hinstellen? Da muss nen Trichter dran. Gib mir mal den Trichter, bitte. Geh doch mal weg. Gib mir her, ich spazier ihn. Bin alt genug für sowas. Wär auch anders gegangen. So... Ups. Ich will meinen Spender wieder haben. Ja, da ist hier. Na wo denn, gib ihn her. Der hängt doch da. Ah, ne, das ist der Werfer. Ich will den richtigen haben. Ich hab keinen Spender. Was tust du? Wo ist er? Wo ist er? Ich war da für den Wasser nicht. Ich hab's wieder hier, guck. Da hab ich grad aufgehoben. Ach, Marcel. Warum machst du immer sowas? Hier. Der... Der Marcel, was war denn der Scheiß? Wollt mich jetzt eigentlich schnatzen oder so? Hier, nehm' den Scheiß Spender mit. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber, das ist gut. Ich weiß nicht. die kiste in die mitte die kiste in die mitte zwei oben links eisen zwei oben rechts eisen und mit einem eisen ich meine schuld wenn er es gibt bock kommen das kommt immer falsch auf dann krieg brauchst du nicht mit weiß nicht was es werden soll richtig aber nicht geschlagen er steht doch da auf dem link ich denke was die linke an die guckt die knappe anrufe jetzt hör auf mal so kann ich nicht arbeiten brauchen eisenblock ein eisenblock brauchst du drei stück drei eisenblocke wir müssen irgendwo eisen hier zaubern und dass wir scherzer ausbogen gehört dürfen ja bitte hier bitte in den trichter und fahren mit eisen ok ok das bringt das anbauen ich hab zwei eisenblöcke gut reichen erstmal sicher dass die eisenblöcke sein müssen ja eisenblöcke haben irgendeine besondere funktion die ich nicht kann was hat denn hier schon wieder hingebaut schwimm da mal rein mausel passiert da was seine farm zuckerrohrfarm hätte ich auch hingebaut habe ich gesehen hat ja ich glaube nicht das komplette mit bedeckt das ist wichtig wir hatten die werfer eingebaut das war ich und haben wir brauchen wirklich mehr bitte bitte holt ich hab kurz rechtes mit dem krieg du bist echt zu folgen für alles oder jump kick ist jetzt ernst es geht hier um youtube film brauchen wir ein gold aktuell nicht vielleicht sollst du in den trichter gehen ich bin doch gerade ist dann unsere kisten ich öffne sie nachschließt wieder ab in den trichter hast du hast du noch einen trichter für mich die haben kein eisen mehr die haben kein eisen mehr ich hab dir gerade zwei eisenblöcke in welcher richtung war noch mal der trichter du bist schon da gekommen da hinten hätte ich jetzt fertig nein wärst du nicht wieso funktioniert die maschine nicht ich verstehe das nicht ach so ich dachte schon der gedanke zuerst redstone dinger gebaut ja ja so viel wie ich konnte jetzt haben wir halt kein eisen mehr jetzt muss halt jump kick dafür sorgen dass welcher ich hole gerade schon holen wir mal ungefähr so ein stack oder so hä? masse wie soll ich jetzt hier einen redstone repeater draufstellen wo denn? zeig mir ah gut ich hab's dann gekriegt so rum so dann muss da glaube ich danach jetzt muss ich mal gucken wie das aussieht danach kommt jetzt ein eisenblock ja genau ein eisenblock und dann kommt ein werfer welche richtung guckt denn der? ich hab keinen bock da ist hinter zu laufen ich suche einfach nach eisen du gehst dahinter hier wird nicht nach eisen gesucht jamcake hier wird nicht nach eisen gesucht jamcake ich hab einen eisen gefunden ich hab mich einfach so gegraben du hast dieses du deinstallierst das plugin bei dir ich grab mich grad einfach nach unten Marcel mach was hm warte er hat zu 100% x-ray oder so an ja wenn ich mich hinstell mit mich hier ausfällt du hast x-ray ja und gräbst dich senkrecht nach unten was hast du dann? ach so ach so ich krieg dich als senkrecht nach unten und stößt auf ne arme dass keiner keinem erzählt nee jamcake so spielst du mit dir mach's die scheiße das ist doch schon weh geh jetzt in die Richtung du Blinderwechster bin doch unterwegs du auch gleich mit irgendwie viel mit eisen oder so zurückkommst und ich seh dass da irgendwelch komisches Tripangänge sind er sch- außerdem ist dort in der Kiste noch voll viel eisen ist mir egal du willst mal auch in einer halben Stunde eisen fahren ist mir vollkommen wurscht ist mir egal ist mir egal ist mir egal Putin macht's für das Geld ist mir egal ähm da ist es los wieso funktioniert das nicht? ja wenn du dann trichst da guck wie viel eisen da noch ist ist an der Oberfläche ach so Fehler wie viel eisen braucht ihr? ach zehn ach zehn ach zehn blöcke meinte ich ach zehn blöcke ja was denkst denn du? ach ok wir bauen dir ne vollautomatische Maschine also bis jetzt siehts gut aus dauert ein paar folgen nie das dauert ein paar folgen wenn du dich mal beeilen würdest und nicht mit deinen Hexen die ganze Zeit spielen würdest würde es viel schneller gehen Marcel was hast du getan? ja klar nicht oa oa pff du bist jetzt voll glück ich hab die redstone blöcke noch gar nicht verbaut fällt mir grade auf ich weiß doch nicht wie richtig wo er hin muss stimmt fast nicht Lukas ich reihe das nicht wie das hier dreht ist auf dem Bild du hast irgendwie fehl gebaut hier kann was nicht stimmen warte mal ich hab einfach Zommies geht schneller Lukas doch auch meine Aufnahme läuft überhaupt nicht das kann man schon wenn die Aufnahme nicht läuft äh ja da bin ich wieder auf jeden Fall Lukas geh doch einfach hin und lade dir das runter für den Singleplayer guckst dir ein und baust dir nach ne ach das ist mir zu doof holen Creeper her Creeper bitte melden wir lassen das einfach so stehen wir packen alles das was wir schon haben unten in die Kiste rein was man dafür braucht und dann lassen wir das nach Scherz machen hehehe ok lass wir machen wir das einfach so jumpcake ich komm jetzt mit zu dir ok wir helfen dir jetzt beim Dingsen ok lassen wir was zuerst mit dir also naja ich nehm Zombieflash mit ich hab ein 2.6 Zombieflash mit zum Essen ich hab jetzt ich hab jetzt 36 Eisen jetzt sehr schön dann brennt das gleich dort ich komm mit rüber ok ähm ich würde sagen ich beende erst mal diese Folge und sage zu meinen sehr verehrten Zuschauer tschüssig und bis zum nächsten Mal tschüssig 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 Doppel-Dropel-Freund-Zucker-Ruhr nur so angemerkt es werden jetzt auf dem hallo wir brauchen das für was also langsam glaube ich wir haben zu viel davon wir müssen das infrastruktur aufbauen jumpkick und machen jetzt so lange bis wir genug ressourcen haben die auch für eine weile reichen einfach unten anfangen oder einfach da anfangen weil er aufgehört hat ist das so schwer drei blöcke hoch ist egal du machst ein verficktes x-ray aus ich stehe im trichter und baue mit einer eisenspitzhacke den scheiß stein ab wie sollst du das mit einer steinspitzhacke die ganze kolumpe abbauen wie solltest du das eis das eisenspitzhacken fährt auch das eisenspitzhacke noch schon gestern trotzdem kannst du die eisenspitzhacke aufheben wir sind ja nicht bei weiß ich nicht du verschwendest zu viele ressourcen ich habe zurzeit auf nix über minecraft habe ich gerade voll bock drauf ohne spaß ja ist echt so wieso brauchst du da wieder blöcke hin nein das war nur um es hier in form zu blinken ich habe gesehen dass eines tv aus so scheiße ist hier ich schwöre lukas bitte 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 ändert den server auf 1.0 also nicht 1.0 hä auf 1.0 also ja vom difficulty ach so ich wollte es schon sagen warum willst du minecraft alpha spielen ah jump kick ich habe mir meine spitzhacke weggeworfen also langsam nervt es echt also ich kann eine screenshot schicken das server steht auf 1 dein nachbar hat mir vorhin eingeschickt wo er auf 1.03 steht da hat klar ge... wo will der einen her haben jetzt okay so auf irgendwelchen einstellungen kannst du das auch ingame sehen wo willst du das ingame sehen weiß ich nicht ich habe bestimmt irgendein programm dafür ich habe auch meinen eigenen skin gemacht komm übrigens den muss ich nur noch einfügen ich habe schon 1, ich habe schon 2,88 stunden gespielt das ist doch meine spitzhacke ach so lukas weißt du eigentlich wie viele tage der server schon läuft so ingame wie finde ich denn das raus 14400 oder so die läuft beim server soll es gehen in den gametag dauert nur so 20 minuten oder so ach so ingame tage ja kissen nach dahinten weil schon sollte das riecht das sieht schon gut aus ähm jumpcake wie baut man weiter und warte mal ich habe ne idee blub 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 ne leiter an unseren turm dran stellen und immer unten ne leiterfeld dran machen weil demnächst ist ja unser haus hier wo wir wohnen nicht mehr erreichbar durch den trichter hast du habt irgendwo crafting table stehen ja ich in den händen ah da ja lol mich hat ein zombie da runter geschubst ich hab nur noch ein herz ein halbes herz alter war knapp ähm ich bin die ganze zeit in eurem crafting wiki kurz ich brauche hier mal eine schicke bude hin das ist okay ne boh du kannst hast du das komplette eisen gerade genommen ah ne ich habe es da reingemacht äh das was hier oben so hässlich aussieht das baue ich jetzt mal schöner ok Marcel 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 wo bist du oben in dem haus wo dein bett steht komm her komm her komm her jetzt komm her hör auf komm her das war weil du nicht gleich gekommen bist ja warte erste leitern du baust das so dass wir mit ner leiter immer unten einfach nur ein leiterfeld dran setzen müssen dass wir dann später mit ner leiter hochklettern können da hoch ja da hoch wo wir unsere betten haben ja das habe ich mir auch so überlegt aber der scherzer meinte ja vorhin der müsste es anders bauen normalerweise hat er das überhaupt keine verbindung zum boden ja das hat gleich keine verbindung mehr das wäre doch dämlich wenn du das jetzt so weiter baust einfach oh ja du kannst oh das jumpcake oh oh mein mach ich hier sehen was falsch hä ja bist du dumm jeder muss noch heik so und jetzt hier ja ich hab dein heftigelm kaputt gemacht der richtige achieve mit hunter alter ja nur dass wir die schon alle haben geiler was ich jetzt erst kriege ich schwöre ich hab mich die ganze zeit durchgeschlort man merkt das jetzt so mit der zeit wir bauen einen trichter hast du die aufnahme überhaupt schon wieder meine aufnahme ich mach die gar nicht aus oh ich lass sie durchlaufen und ich drück zwischendurch immer kurz auf pause oder so ja ach so und drückst und tust dann in einem später schneiden ja klar dann zieh mich nochmal zwei tage hin und schneide nö ich hab das in meinem aufnahmeprogramm eingestellt dass der nach so und sovien minuten automatisch cuttet das ist ja doof mit einem lizenzierten aufnahmeprogramm das ist nicht lizenziert wirst du es liezenziert ein spaß natürlich nach maßen hör auf alles das hast du mir wieder wie lautet denn lizenzschlüssel ein lizenzschlüssel kann ich mir gleich gerne vorlesen nö wenn ich das überhaupt öffnen kann mit irgendeiner datei die lizenz ist das weiß ich nicht weil dafür brauche ich keinen schlüssel ich kann das auswählen das ist ein document oder eine datei wie auch immer was nimmst du denn für ein aufnahmeprogramm raps er kräft hättest du wohl gerne, wa? ja boah ohne spaß lukas wer hat das denn hier überhaupt gebaut ich hab da überhaupt keine verbindung gehabt vorhin weiß ich doch nicht wer das gebaut hat wei maße wenn du das fertig hast baust du baust du dann na gut das sag ich dir danach guck mal hier ist die leiter guck wo das ist doch super genau so wollte ich das haben genau so wollte ich das haben keine die leiter dann wo die leiter war wir sagen ich ja wo sind unsere kisten noch da? gestern auch, äh gestern. HÄH? Ach da, ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Ra-ta-ta-ta-tam. Ra-ta-tam-tam. Ra-ta-tam-tam. Weil mein Helm geht kaputt, wenn ich springe. So muss sein. Weißt, der reibt über deine Haare, das nutzt ihn ab. Ja, wofür? Ich meinte über deine Federn. Ah, über deine Federn, oh. Ich mag den Skin irgendwie. Ah, da hat er was. So meintest du das, ja Lukas? Genau. Ah, ich muss mal dem Finanzminister fragen, ob mir ein Mausbett zusteht. Weißt, ich hole dir zuhause das Geld, weißt du? Ja, 100€ scheineweise, ja. Aber ein Mausbett kaufen kann ich mir davon nicht. Schlimm, oder? Ja, ja, das ist irgendwie noch schlimm. Wird mir stinken, wenn ich du wäre. Weißt du, ich gehe mal im Medienmarkt mit dem Vorwand mir Mauspätze kaufen, dann liegen die Dinger da für 10€ oder so. Dann denke ich mir immer, das ist viel zu teuer, dann kaufe ich mir keins. Hi. Hi. So, Lukas, so ist okay, ja? Genau. Jetzt? Nee, so nicht. Und jetzt? Wie? Ja, du wolltest mir noch eine andere Aufgabe geben. Ach so. Ich weiß nicht, ob mir das was zutrauen kann, aber du weißt ja, ob das auf so eine weite Strecke geht. Vielleicht ein automatisches Beförderungssystem für unsere Items. Nach Hause? Jo. Also 10.000 Trichter. Dann müsste ich aber ganz schön hoch ansetzen, das weißt du, ja? Kannst du unterirdisch machen? Nein. Oder du buddelst dich ganz hoch und machst dann so, wie so eine Wasserrutsche nach unten. Das war eigentlich mein ursprünglicher Plan, der Wasserrutsche-Ding. Hä? Du machst jetzt die Wasserrutsche. Okay. Starts creating. Weißt aber, dass das irgendwo, nirgendwo anfangen muss dann, weil das ganz schön hoch sein. Das muss nicht hoch sein, du fängst bei uns an. Nicht so nah, das buddeln wir ja weg. Naja, die ist ja in der Luft also passiert. Dann hinterher abgemacht werden wieder alles, das Koppelsunggeschiss und so. Fang einfach da oben an, wo du gerade baust. Hä? Da wo ich jetzt glaube ich baue, hier oben. Ja klar, hier fang ich an. Genau. Wo ist dann dein Problem? Weiß ich nicht, jedes Mal hier hochzukommen vielleicht. Aber wie weit fließt Wasser doch gleich? Äh, wenns bergab geht, unendlich. Hä? Bist du behindert? Hä? Hä? Beste Antwort ever. Welch steigabgibus ist doch trotzdem lauf, Ficker. Er meint's auf ner geraden Fläche. Auf ner, also geraden Fläche. Glaub. Fünf. Sechs, sieben, acht. Test das aus. Wenn du aber immer ne Stufe weiter runter machst, dann fließt das unendlich vertrotzen. Ja toll. Aber das ist ineffizient. Oder alle zwei oder drei Stufen weiter runter. Ja, wie soll ich jetzt hier im Block runterkommen, du Ficker? Äh, mit Shift dann leicht an die Kante laufen und dann unter mich platzieren? Äh, ich glaub ich hab's schon. Das kann man aussehenig. Unter mich kann man das nicht platzieren, du Ficker. Geht alles. Das ist kompliziert, ist das hier grad. Soll ich das ja ich machen? Nein, ich mach das. Also. Wo bist denn du? Hier oben. Ich bei den Kisten. Warum, was machst du da? Einlagern. Achso. Darfst du. Weck den. Weg den. Wohle rausnehmen, dann seine Spitzhacken nehmen und ich hab' kein Schaufen mehr. Was? Ja... Wiev کہ das jetzt an, was, ganz schlau? Achtung, könnte er sich jetzt sterben, ich fire sie sicher. in roviers zu großer höhe und jetzt sagt er springt in wasser was ist gut er ist ein fetter gott ok ich mag fette götter ich habe die ultimative idee was jetzt im abendbrot ist fette götter nein ich mache mir die fette fritteuse an ich verehre das ding das müsst ihr wissen weißt du ich vergöttere meine fritteuse lukas das wird riesig das weißt du ja das was ich hier war wird auch riesig das sollen wir dann später von der euroview map aussehen weißt du was das was ich jetzt das ist so hoch da musst du erst mal drei minuten hochkriechen oder hochkrabbeln oder so könnte in zwei sekunden umsehen nein spaß jam cake warum musst du immer hacken das macht doch keinen spaß ich meinst du nicht so doch meint er könntest ein lorenaufzug bauen der lügt lorenaufzug muss nur nach oben schauen und rechtlich gedrückt halt dann kommt server hoch mausi warum muss jumpkick immer bugs ausnutzen weiß ich nicht das ist ein lorenaufzug unser trichter muss schöner werden auch die ganze erde hier oben ich weiß ich jetzt hin und mache den grundriss davon ja du musst aber hinterher hinter mir quasi vorbeigehen und musst dann diese wand da ziehen weißt du damit die items nicht runterfallen am weg ist das ok für dich? mach das doch selber gleich ja ok wenn das zwei leute machen geht das dreimal so schnell wie wenn das einer macht dann lass der jumpkick hier mithelfen ja es ist auch so kann man nicht kann grad nicht muss buddeln jumpkick ist hier unten wir sind ein bisschen Minenarbeiter ja wir bauen die san andreas map nach wir fangen bei der mine an wer den mount chile bauen deswegen fangen wir ja hier ein weil wir da für den mount chile die ganzen blöcke nachher brauchen den können wir ja nicht hohl bauen achso achso die wollten nur noch ausfüllen achso ne das wird richtig ja gar nicht behindert sein wenn ich das jetzt hier baue alter ich hätte es an deiner stelle unterirdisch gebaut die leute an die leute die leute die leute aber wenn ich nicht nachher einmal runterfalle ich bin sofort tot Du stirbst eh des öfteren. So wie letztes Mal. Ich hier hast meine Sachen. Ich sterbe wahrscheinlich gleich. Was? Ich stirb oft. Zu oft. Sag dann, ich hätte den Ava noch geschüttet. Hallo, was so ist, ist so? Wenn ich Lava runtergeschüttet hätte, das wäre erst eh nicht gedacht, dass es da wäre. Und das aus Masters. Schaufel. Brauchst du neue? Ich hab welche dabei. Ich hab ganz viele. Okay. Wenn wir hier oben fähig sind, fang ich wieder unten an. Ja sowieso. Meine Zuschauer werden mich schon behindert erklären. Du bist behindert. Bist doch. Dann bin ich nicht. Also jetzt, wo ich das hier baue, schon. Guck mal, ich baue zwei rein gleichzeitig. Warte, lass mich die hier wegmachen. Na gut. Das war scharf, ey. Eins weiß ich, wenn ich hier nachher fertig bin, hätte ich gern ein großes Lob. Kriegst du auch. Ich bin in den Wolken, ne. Nur so zur Info schon. Hä? Wo bist du lang gebaut? Marcel, du weißt, wir sind ja auf einem Survival-Server. Ja und? Mir geht's darum, möglichst realistisch zu bauen. Das ist realistisch. Doch, er ist in den Wolken. Passt doch. Das ist South Park realistisch. Naja, realistisch. Das ist realistisch-unrealistisch. Wo die Japaner einen Turm in den Himmel gebaut haben. Ich hoffe, ihr habt genug Cobblestone für mich. In der Kiste. Das sollte kein Problem sein. Die scheiß Zombies nerven. Ach, wo die nerven mich? Bist du doch nett? Du Fotze, was willst du? Ich erschlag die mit meiner Schaufel. Wie ihr das sehen könntet, alter Schwede. Mann, danke. Ach, scheiß, die war da. Du hast dir ein Stückchen vorgegessen. Ja, mach ich ja gerade. Bumm, bumm. Muss wieder Tag werden. Hey Zombie. Hat mich geschlagen. Böse. Das muss bleiben. Hoops, falsch verbrochen. Ich will mich nicht mehr wenig bei euch ankommen. Das war's, oder? Ne, da vorne noch. Fisch Level 23. Und Zombies töten, oder wie? Ja. Sachen aus dem Ofen holen. Ah. Hey Zombie. Aber hauptsächlich Zombies töten. Dann brennen wir den ganzen Sand gleich zu Glas. Äh, ja. In der Kiste liegt noch 50 Glas, oder so. Äh, schaufeln. Hast du eine? Hast du eine? Nicht mehr Jungs, jetzt sehe ich den Boden nicht mehr. Jetzt muss ich aufpassen lassen. Hab ich sie wieder? Nö. Ah ne. Okay. Das ist das unrealistischste, äh, unrealistischste überhaupt im ganzen Server wahrscheinlich. Ach was, ich stehe doch nicht. Nee. Ohne Spaß, ich sehe den Boden nicht mehr. Okay, du siehst mein Name-Take doch irgendwann, oder? Nö. Wie ne? Der ist schon zu hoch. Warst du überhaupt hochgegraben? Ja, da wo ich war. Hochgegraben. Ich glaub... Ah! Hier ist ein Loch. Der fällt in das Loch und er schreckt sich. Alter, da guck mal wie tief das ist. Wie ist das Loch gefallen von Jumpcake von gestern? Nein. Ja, fast. Das habe ich schon wieder zugegraben. Ach hier unten, das meinste? Ist hier eigentlich alles Copystone, oder? Ach du Schande. Ist nicht euer Ernst, oder? Hier nach unten. Wer hat das wieder aufgegraben? Ich grad. Das ist nicht euer Ernst. Ah ne, das hat doch immer draufgegraben. Ich hab ihn doch. Da ist den Block hab ich gerade hingesetzt. Den auch? Oh. Ja. Warte. Ganz unten wartet Obsidian auf uns. Ja, da freu ich mich schon drauf. Ja, da freu ich mich schon drauf. Okay. 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 Ich hoffe mal nicht, dass jetzt ein Block abbaue und runterfalle. Jumpcake, jetzt bauen noch Muster. Mal da wär ich runtergefallen. Ja. 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 bisschen in Richtung nach Hause laufen und mir sagen, ob ich schon ein Ascho bei gebaut hab. Du kennst unsere Koordinaten. 713, 713 muss sein. Ich hab mich grad eins tiefer gegraben. Mach das und die Reihe gibts schon. Ey, Lukas, du Esel, wo ihr jetzt seid, die Koordinaten brauchst. Ich hab mich von zuhause aus angefangen. Lukas, du bist in der falschen Reihe. Du machst Gott meine Sache. Nein. Doch. Du bist in der falschen Reihe. Ey, ich hab doch hier grad erst aufgebaut. Ey, Jumpcake. Egal, dann war ich halt noch eins auf. Ja. So, wenn ich hier jetzt sage, dass ich auf den Koordinaten minus 810 bin auf X. Wie weit seid ihr weg? Äh, auf X, wir sind bei minus 8, äh, 793. Und auf Y, äh, auf Z? Ja, auf Z bei minus 1092. 1092, okay. Bauen wir mit den Uhrzeiger sind oder gegen den Uhrzeiger sind? Ich baue so wie du. Ich baue grad gegen den Uhrzeiger sind. Ich, ich lasse die Zeltlückwärts fließen, weißt du? Jo. Das länger Wochenende ist. Wenn das so einfach wäre. Ja. Da würde ich am Ende der Sommerferien die Zeit stoppen, dass die Sommerferien nie enden. Oh, ich hab dieses Jahr zwölf Wochen. Am Ende der Sommerferien ist nie kalt und, also nie zu, zu kalt. nie zu heiß. Das passt so perfekt. Okay, okay, Jungs, okay. Ja, hm. Ähm, ich hab vergessen die Folge aufzuhören. Ja, meine sehr verehrten Zuschauer, tschüssi und bis zum nächsten Mal. See yaaa. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren. Und mich. Alter, die Folge ging jetzt. Warte, das muss ein 1 sein. Die Folge ging jetzt eine Stunde 10, 43. Eine halbe Stunde ging die jetzt mal ein bisschen zu lang. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Meme Craft Survival. Heute mit dem Marcel im Jump Cake. Und meiner Wenigkeit sagt Hallo, Jump Cake. Jungs, ich hab ein Problem. Und das wäre? Ich hab die Bauhöhe erreicht, die Baugrenze. Äh, 250. Ja. Mach. Dann spring. Scheiße. Ja, jetzt musst du den Wasser feiern. Hast du überhaupt geschaut, in welche Richtung der muss? Ich spring jetzt einfach mal runter und guck, wo ich bin. Und wie willst du wieder hochkommen? Ich hättest sogar fast überlebt. Fast. Und wie willst du jetzt wieder hochkommen? Ja, ich weiß schon, wie. Braut sich ne Leiter. Ah. Ach du Scheiße. Ach, vielleicht hat er Wasser oben angemacht, in den Schwimmtogen. Scheiße. Ich glaub ich hab schon gebraucht. Warste, wir bauen grad nebeneinander so fast synchron ab. Also muss das. Jetzt bin ich ein schneller, weil das hier schneller ist. Okay, und ich fang nochmal komplett neu an. Du bist so dumm. Der rechter Neber, ich lass das einfach so da stehen und häng ein Schild dran außer Betrieb. Oh Gott. Weil ich das ein wenig fail gebaut hab. Ich will wieder ne Stierspitzhacke, es ging so schnell. Was denn vorhin verspendest du für dir? Jungs, guck mal in den Himmel und sagt mir, ob ihr's seht. Nein. Wartet, ich komm mal zu euch. Geht ein Name Tag. Ja, dann müsstest du eigentlich auch das Ding sehen. Hast du noch so'n Spitzhacken-Ting, Charmy? Hier. Brauchst du noch ne Schaufel? Hm, ein Jahr. Wenn ich gleich wieder oben bin. Loch raus. Ich weiß nicht, ich war gar nicht soweit. Hier kriegst du wieder. Meine Alte. Noch ganz neu. Dein Ernst? Hey Jungs, guck mal kurz da raus aus dem Loch bitte. Moment, muss Eisen abbauen. So, Eisen abgebaut. Lukas kommst du auch? Warte mal, wo war ich denn jetzt schon im Cake? Moment, da ist immer noch Eisen. Äh, was ist? Ich war hier, ja. Kommt einfach mit. Äh, ne, eins tiefer. Oder? Ne, dann grab ich ja zwei weg. Stimmt, stimmt schon. Ne, Maße geht jetzt nicht. Ganz kurz. Nein. Weg auf. Dann kommt Jami mit. Na grad nicht. Ich hasse euch jetzt dafür. Wir müssen jetzt die Reihe fertig bauen. Was kommt hier aus dem Rhythmus? Hey, dann hasse ich euch. Master. Wir haben gerade den Ton abgebaut. Und meine Spitzack ist am Arsch. Wieso sind jetzt hier schon wieder zwei? Keine Ahnung. Ah! Ich bin in eine Höhle gefallen, als ich Eisen abgebaut hab. Na lass doch das Eisen da erstmal, ist doch scheißegal. Hör auf. Komm raus wieder. Ups, hab Wasser hingesetzt anstatt ich rein. Kann man hier ertrinken? Ja, kann man. Master, komm raus. Master, komm raus. Master, wir bauen mir das Wasser zu. Nein, ich ertrink hier gerade. Warte, Jumpcake, Chimey. Warte, 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 warte. Nee, gut, geht schon. So, ich muss jetzt nämlich. Ja. Ich hab nicht. Das Schild. Ach, das Schild ist... Ey, Master, wenn du neu anfängst von unten, nicht einfach runter, sondern aufpassen, gell? Nee, alles klar. Bist mir bewusst. Wo machst du denn hier einfach Wasser in das Loch? Das wärs einfachste. Ihr wisst bescheid, ja, ignoriert es einfach, ja, dieses Falschgebaute von mir. Ach, Marcel, du bist ein offensloser Fall. Marcel, baust du einen Weg? Und wenn du zu blöd bist oder sowas, bau einfach mal einen geraden Weg. Nein, das baue ich nicht. Ich werde jetzt genau das bauen, bis ich's geschafft hab. Das dauert noch 20 Folgen. Jo. Ich lade jetzt ab sofort jeden Tag um 21.30 Uhr ein Videobuch. Ja, ich muss die mal hochladen. Ich hab die noch nicht hochgeladen. Master, ist ja gelaufen. Sollen wir später alle drei zusammen durch NetApp-Portale rein und raus gehen? Nein. Feuer zieh'n Server-Backup. Okay. Müssen wir das mal machen, so für Absicht, ob's wieder funktioniert. Dann auch nicht. Na, können wir dann später mal testen. Ja. Aber das war geil. Wie kam da raus? Die Dorf, exakt gleich die Umgebung, exakt gleich ab in der zweiten Welt. Und dann hat's komplettes Server gelöscht. Oh ja, war göttlich. Zweite Dimension, nicht zweite Welt. Ja. Das war irgendwie ein Welt-Backup oder so. Äh, nicht so. Jetzt ist mein Inventor voll. Weiß noch nicht. Ähm. Backpack, Rucksack, Rucksack, Backpack. Yeah. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das Beta-Lights-Plugin. Äh, Mod mein ich. Der Beta-Lights-Mod. Aber dann kann ich mit ner Fackel rumlaufen und ich sehe alles. Ist leider nicht erlaubt auf unserem Server. Das nennt euch ein Light und nichts. Nicht anders. Ich glaub eins, das heißt Beta-Lights. Geil. Wie viele, wie viele Blöcke fließen Wasserweit geradeaus? 18. Ja, super. Boah, ich sag's dir gleich, ich warte. Ja, super. 1, 2, 3, 4. Moment, ich sag's dir gleich. Oh, komm schon. Wasser, wenn ich grad verarsche. Lass dich los nicht auf dem Maus her, erinnern, verarscht dich immer. Ja, Marcel, das Wasser. Also, Marcel, das Wasser fließt, wenn du's hinsetzt, dann gibt's noch davor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke, sag ich doch. 8. 7. Ich seh's doch, das ist ein 8. Der 8. Block war das Wasser, das man hingesetzt hat. Ach so, den hab ich mitgezählt. Äh, scheiße, jetzt hab ich mein Sound ausgemacht. Ah, meine sehr fatten Zuschauer hören nix. So, jetzt hören sie euch wieder. Jam Cake? Gut, ich höre euer Hintergrund rauschen. Hey, Zombie. Jam Cake, du musst wieder synchron werden. Moment. Ich muss synchron werden. Ja, hier mit mir. Okay, das versteh ich jetzt als, äh, im Trichter, aber du hast zwei Bücher gehört. Legg nur ganz kurz die Sachen ab. Ja, mach das. Ip, Skelett. Heute nicht. Ip, Spinne. Heute nicht. Doch. Aha, der Creeper ist eingesperrt. Oh man, scheiße, hier kommt die ja los. Aha. Was wir, was wir nach oben für eine Fläche abdecken, hier ist nicht. Geyspelt. Da ist jetzt verdient. In die Grube. Die Grube mit euch. Die Grube ist. Die Grube. Och, den anderen kriegen. Auch in die Grube. die Grube. Die Grube. Die Grube ist. Die Grube. Die Grube. Die Grube. sag immer bescheid wenn ihr mich seht ne ich seh dich ich frittier mir heute wirklich zum abbrot zu geschicken flügel ganz ehrlich ich weiß dass er letztens gemacht auch vor allem das mit Knoblauch Salz und Paprika in weiß nicht aber eigentlich dachte ich dass auch die von mit dem Fett voll hat sich aber nicht das war wie fast wie getoastet oder so sich aber hat nur Gala geschmeckt die Idee ist auch gut weil ich da vorne der Friteuse Gockelchen oder so gemacht hab wir wissen was Gockelchen sind Gockelchen? noch nie gehört ähm, gibt's vom Bofrost? nein, nicht hier nicht das sind so, ähm, wie kann's nennen Hühnerschnitzel in so nehm Form von nem Gockel so klein also, 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 so'n Pressfleisch du Esel, du meinst für kleine Kilo nein, nein doch, die gibt's auch als Zinos die hab ich immer gerne gegessen die lieb ich die Dinger ich schick dir später mit fängt mir richtig Hammer und Pommes war noch von da fügt ihr es auch noch dann Toast ne Pommes hab ich glaube ich nicht mehr, oder? das ist tragisch tragisch das geht nicht mal kanzelles aber da ist und zwar, äh, du meinst diese Kinder Nuggets da in Form. Nein, gleich wieder. Ach, jetzt sagt der nur so, weil er nicht dumm dastehen will. Mich wundert es, dass Jumpcake schon seit Tagen nicht mehr aufnimmt. Der was? Der Jumpcake hat am Anfang auch immer mit aufgenommen, macht er jetzt nicht mehr. Ja, jetzt stinkt er halt nach Kot, ne? Ich muss ihn jetzt mal fragen, warum er nicht mehr aufnimmt. 3, 4, 5. Jetzt riecht es am Essen, meine Mutti kocht. Jetzt muss ich immer was trinken. Wasser. Scheiße, wo ist mehr Wasser? Da. Da bin ich, ja. Jumpcake, ich habe in zahlreichen meiner Abonnenten Anfragen bekommen, warum du immer bei uns in den Videos bist und nicht mehr mit aufnimmst. Wegen meinem PC, weil er lange mein Geist aufgibt. Ich nehme mir in ca. 1 bis 2 Wochen spätestens wieder auf. Kriege ich denn einen alten PC? Wenn du 200 Euro hast. 200 Euro, du kannst wo sind, wenn ich ihn nehme. Sonst verkauf die Einzelteile. Wehe. Die Grafkarte ist 100 Euro wert. Ja, Jungs, ist schon schön, wie er da unten arbeitet. Also... Wir arbeiten, während du redest. Das stimmt. Guck mal nach oben. Ich sehe es. Wo? Ach da. Ah, mach's ja, ich will sehen nicht. Wo bist du? Von wo hast du Graben? Von zu Hause aus, oder? Ja. Worum baust du die Sträge so? Ich weiß schon, dass da noch Wände hin müssen. Ach so, gut. Ne, hast du schon richtig. Ja, du musst nicht unbedingt Wände hin. Nur am Anfang, dass das gerade fließt und dann fließt es auch von selbst. Weil die Items gehen runterfallen. Die Items fallen aber runterfallen. Hast du recht. Habe ich mal ganz kurz AFK. Ne, anders. Ich beende diese Folge für heute und sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal. See ya, meinen sehr verehrten Zuschauer. Ciao, ciao. Ah, Babyzombie, Babyzombie. Ähm, ich nehme deine S-Hütter, warte mal, Verbindung drin diesmal. Jetzt ist ja, ihr Vater trifft, warte mal, Verbindung drin die Verbindung drin. Ich das wiederhole quarterfus. Ichую, sehr viele Rockfläche an. Flasico traf, dass ich stille Bláisomatde. Das ist ehrlich, das ist ehrlich gesagt. Gleich, dass Du Schaust soёнplast. Ich glaube, feature das Studier, dass du B-1's Open-L. Aber ich werde alles Om zu mehr Fus straighten ¡Huntisch wiederzustoinnern. in jedem blendept mit ihnen wie zu diesem Fall. Vielen Dank.